Hallo, hier ist wieder euer Hörbi und Hörbi zockt wieder. Also, wir haben ja jetzt, dass die Piraten hier angelegt haben und die sind irgendwo da. Naja, das ist ganz schön fast. Vielleicht bei uns sind da nicht, aber wir lassen uns nicht berühren, wir bauen mal weiter. Gell, stelle Möbel her. So, gucken wir mal. Wir können den Holz fällen. So. Und dann, Mensch, da können wir auch schon. So. Und der Holz fällen. Und es hat aufgehört zu regnen. Ja. Hier. So. Gleich noch was dann hier. So. Alle schick. So, stellen. Gucken wir mal. Stellen nötige Möbel her. Baumeistertisch. Okay. Und eine Truhe. Okay. So. Baumeistertisch. So. Dann müssen wir noch mal schauen. Äh. Baumeistertisch. Und eine Kiste. Und los. Dann müssen wir Holz sammeln gehen. Und 50 Holz. So. Ui, der Wald sieht aber ein bisschen karg aus, hm? So. Dann wollen wir mal weiter. Holz sammeln gehen. So. Und dann müssen wir auch wieder Nahrung finden. Na? Die Piraten wollen angreifen bestimmt. Und dann müssen wir auch wieder wegnehmen. Hey, wenn die Ongsbehörte sehen. Oh. Oh. Hm. Und in die Truhe kann man bestimmt einiges hinkriegen. Du bist hungrig. Hey. Das hab ich gemerkt. Ja. Na, das reicht bestimmt auch schon für ne Kiste, gell? Na, das wird man nicht. Jetzt rennen wir schnell zurück. Eieieiei. So. Geh mal rein. Oh. Da ist der Löwe. Das ist mir schön. Und dann machen wir lieber zu. So. Dann können wir die Kiste. Dann stellen wir mal den Baumeistertisch. Hm. Hm. So. Vielleicht. Vielleicht. Und ne Kiste. Und ne Kiste. Das ist aber ne kleine Kiste. Und ne Kiste. Dann können wir ja auch ein paar Mal sehen. Ich bin ja auch ein paar Mal. Das ist aber ne Kiste. So. Wo stellen wir das? Wo stellen wir es? So. Mach dich für die Jagd bereit. Hey. Jetzt kommt... Moment. So... Gucken wir mal hier rein... Okay... Und da kann man das einlegen... Und Bronze rein... Das... Jo... Das... Hm... So... Jagd... Mach dich für die Jahre bereit... Hey... Okay... Pfeile machen... Pfeile machen... Pfeile machen... Pfeile machen... Pfeile machen... Pfeile... Ah... Jo... Pugel... Äh... Da... Oh... Ja... Da... Da braucht man... ... Oh... Da braucht man Holz und... Lein-Seilen... Okay... jetzt haben wir die Stimme die Feiler okay okay der Wolf ist noch nicht da also dann wollen wir mal sammeln gehen ähm die Büsche so ja ja gefährlich denn da ist ja noch ein Wolf gewesen ja so so die Haie ist eingesammelt so gucken wir mal weiter was hier so wächst ne ok so na ich glaub die Piraten die sind auch schon wieder ein bisschen weg zum Glück haben sie vielleicht keinen Gefallen dran gefunden hm nichts so wo sind denn hier noch ein paar ach das ist aber gut jetzt wird's auch gleich wieder dunkel und die Nacht dauert auch immer so lange so hm hm die Leinen wo finden wir die Leinen und und müssen auf Gras mit auf Berge da wachsen die ja gar nicht ach hör die Mensch ja was ist das ja dann äh so und dann dran alles ohje was ist denn das oh da oh ne da gehen wir lieber mal nicht noch nicht hin da ist jemand da ist jemand erstmal müssen wir uns ein bisschen ausbauen wir brauchen doch dringend ja wir brauchen dringend eine Pfeilung oben und Waffen damit wir uns verteidigen könnten ne so hier ist ein Busch so den brauchen wir aber nicht wir brauchen noch einen zum anderen Busch da ist unser Häusle guckt so jetzt braucht der Hörbi bestimmt aber die Flagge ha da ist er der Busch so ok so viele Fasern so so da noch so 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 schön einsam den Hörbi und ein Pfeil und eine Bombe so da noch da noch so so und hier so und da so hoch Leine sind wohl ganz wichtig damit macht man dann auch einiges vielleicht auch Kleiden ne so noch irgendwo wenn wir schon mal hier sind wenn wir schon mal hier sind wenn wir schon mal hier sind ich sehe jetzt nischt ob wir noch ein paar Beeren sammeln können die haben wir jetzt nischt so so guck mal ob das schon rein tut warte hörbi der hat hier eher seine Ruhe hier drin im Haus so guck mal so dann und guck mal und flax was angekommen jetzt ja da kann man eins zwei drei herstellen sehr sehr schön so so und dann haben wir hier den Bogen und nein wir brauchen vier jetzt müssen wir noch mal Flax sammeln gehen so dann müssen wir jetzt die fackeln so die sammeln wir lieber mal in der Kiste und los mal schauen ob wir noch welche finden können vielleicht hier oben da hat der Hörbi sich nicht so das ganze entspannende Gebiet rausgesucht aber das ist ja auch in keinem Spiel zu verschlecken so hier sehe ich nischt nein jetzt ist es wieder so dunkel Flax wo ist der Flax hier vielleicht ja da sieht nicht so aus da 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 was was schon wieder die Piraten auf Anmarschkurs eieieiei hm da Hörbi sieht überhaupt nix dann muss da Hörbi nochmal da rüber auf die Seite gehen ne da so so da da kommt kein Busch hm nischt oh jetzt ist die Fackel aus das muss mein Dunkel haben Oder wie schnell heraus, wie man eine Fackel basteln kann. Ob das da Hörbi hinkriegt? Keine Ahnung. So, dann gucken wir mal auf die Fackel. Und da, das Tierfett. Hey, da müssen wir erst ein Tier erlegen. Also, das haben wir nicht. Also, suchen wir jetzt nach... Oh, Bären. Ja, Bären, los. Da, einsammeln. Oh, das ist cool. So. 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 Mhh, lecker Bären. Im Sommer sind die am allerleckersten. So. Nicht vorbeilaufen an Flax. Ich glaub, da müssen wir warten, bis es wieder hell wird, Leute. Dann können wir ja schon mal ein bisschen Holz sammeln gehen, hm? Der Hörbi sieht gar nichts. Wirklich nichts. Los, das haben wir mal Holz. Los, das haben wir mal Holz. bei medienern. Los, das ist nichts. Wirklichon. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.